Okay, ähm, ich hab jetzt mal nachgeguckt und da steht jetzt drauf, so, so, da kommt hier oben das Holz rein, musste grad nochmal gucken, äh, ja, ich sag dazu nix, so, dann haben wir hier ein paar Pisten, zack, zehn Stück sollten, glaub ich, ne, nicht reichen, aber egal, erst mal so, um zu testen, also, okay, ja, ich hex, ich hex, ich hex, einmal hier hoch, alter, so, unten kommt dann so die Leitung hin, von den Redstone, Oh, scheiße, Machen wir kurz nochmal das Kies weg, mit Pizza hin, so, Theoretisch, wollen wir jetzt hier das Kies so drauflegen, ich probier's grad mal kurz aus, oh, die werden, glaub ich, auch nicht reichen, Fuck Oh, es läuft gar alles scheiße hier, Mann, Mann, ist noch was hier weg Komm Kann auch weg Hier die Übelpeter hin Boah, perfekt, jawohl, so muss das sein Dann Hier kommt dann das Dann kommt Hier das Redstone hin Das ist dann so ne Leitung Da unten Da müssen natürlich auch noch Repeater zwischen und alles, aber ich mach das einfach mal erst mal ohne So Also, man merkt, glaub ich hab noch nicht so viel mit Redstone so angestellt hier in Minecraft, aber Sollte jetzt nicht stören Ah, nein, scheiße, hier ist ja Die Fuckstelle Oh, da soll ich nicht stören Ich sag so oft, soll ich nicht stören, das ist gar nicht gut, nein Gut, äh Fuck, ich muss noch einen runter Stimmt Okay, egal So Sehr schnell gemacht Alter Hier Na, hier ist so der Hebel Die Redstone Leitung geht dann So quer durch Ja, da kommen noch Repeater und so zwischen, aber Ich glaub das hält bis acht Blöcke So, da kommt der Hebel hin Wie macht man den Hebel? Scheiße Mann, ich weiß nicht wie man den Hebel macht Wie macht man den Hebel, 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 Hebel Boah Ich hab keine Ahnung Ich guck's kurz nach Ich wusste es Ich wusste es, dass man den so macht Ich brauch mehr Redstone Fackeln auch Gut, äh Naja Ich hab's irgendwie nicht ausprobiert Ich weiß auch nicht warum Ich probier irgendwie selten Sachen aus Jetzt hab ich wieder vergessen hier die Dings zu machen Hallo Hallo VTF, nein, 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 bitte nicht Was Die wollen mich alle flaxen Ich hab kein Ich hab kein Cobblestone Die Echt Die wollen mich alle flaxen Komm Ich mach jetzt einfach Ich mach das einfach schnell Ich brauch nicht viel Das darf Ist ja wohl Müsste doch wohl noch erlaubt sein hier Einfach mal runter zu graben und Hier das Cobblestone zu holen Naja Geht ja schnell Ich brauch Cobblestone Ich brauch Cobblestone Ja, wenn man's mal wieder braucht, dann hat man's nicht Ich wusste es Mann, Mann, Mann Ja, heute ist echt nicht mein Tag Das Habt ihr eigentlich auch manchmal so Tage, wo einfach alles schief geht und ihr So wie ich grad nur scheiße labert So wie ich grad nur scheiße labert Stimmt, oder? Ja Ich hab grad so Ich hab heute so einen Tag Das ist nicht gut 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 Ja 64, 28 ist gut Ist gut Das ist gut Ja Also 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ich hab gehört, das geht's bis zu 7, glaub ich Was muss ich denn hier schon machen? Äh, Whidstone, 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 Hallo? Da Oh, kann ich gefunden Da noch eine, 1, 2, 3 Ok, gut Hätten wir das auch schonmal? Nein, jetzt müssen wir das so machen Hier kann man das schonmal dicht machen Ja, das klappt ja eigentlich ganz gut Nur gleich wieder sehen Kommt wieder irgendeine scheiße Wo, was Das Wo mal wieder gar nichts klappt Zum Beispiel das mit dem Wasser und so Wird gleich noch kommen Sag ich euch So Na das ist ja doof, dass man da jetzt hier Hier, das muss man ja sehen Aber egal Kann man ja erstmal so lassen Müsste da nicht jetzt eigentlich was hochgehen? Guck, ich sag's euch Irgendwas läuft immer, geht immer schief Achso Ah, ja Strom Ich da, ich da Es geht hoch Perfektor, jawohl Naja Naja So groß war das Schiefe jetzt auch nicht Ich will hier raus Raus hier Okay Okay Perfekt Da hinten geht's hoch Haben wir Eisen dabei, jawohl Wie ging das jetzt so, so Bin ich eigentlich so vergesslich, dass Den Scheiß jetzt wieder vergessen habe, wie die Scheiß Pistons ging Moment Ja Ich bin echt scheiß vergesslich, keine Ahnung Egal So So Perfekt Also 16 Stück So, wenn die Farm jetzt auch zu Ende ist, mach ich wieder eine Aufnahmepause Meine Aufnahmen sind nicht sehr lang Wie schon gemerkt Ah Schade Wird das klappen, der ist super Okay So Hier Summer So Ah, scheiße, ich wusste es So Das war's, ne? Jawohl Überschließen So So Und hier müsste dann der Wasserstrom Ne, hier ist er Warte, kurz, äh, Brennen Äh So Okay Ah ja, okay Das heißt Ich mach's jetzt einfach mal so, äh Weil's so auch klappt Und ja Andere machen's vielleicht, äh, bisschen anders Aber egal, ich mach's jetzt einfach mal so Ich weiß, dass es anders geht, aber Naja, egal Vielleicht kann man das später immer noch ändern Wie ist es, der Baum hat, äh, zur Hälfte abgefüllt Das gibt's nicht Und die Erntemaschine scheint fertig zu sein Ich glaub's nicht Gut Jetzt haben wir noch ein paar Eimer, damit wir Hier, ne? Weil ich glaub, ich mach direkt da oben Unendlich einen Brunnen Wird einfacher gehen Boah, ich glaub's nicht Ich bin Fast fertig mit der Erntemaschine Zack Und dann Und dann Und dann Und dann Und dann Ich bin Ich bin